Ein Wasserhütterrand weniger? Was stellst du dich auch mit auf die Straße, du Rosen? Mit links fahren ist auch so scheiße und mit rechts die Maus mit denen, hallo? Entschuldigung, also mit rechts fahren. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Oder ob wir mal bitte unten in der U-Bahn landen. Der Scheinwerfer ist kaputt. Lass ihn nicht erwischt damit, das kostet Geld. Das kostet richtig Asche. Na wirklich, das ist ein... Spinnst du? Habe ich dich getroffen? Ne? Dann müssen wir das nachholen. Ob ich das schaffe? Das schaffe ich nicht. Was gibt's denn da zu klotzen, ne? Was soll nix sehen, wie man einpackt? Pass auf! Danke! Da drüben liegen übrigens Handgranaten. Yeah! Drei Stück? Auch nicht schlecht. Bin bitte da! Wie man sieht, mein Auto steht noch. Es hat keiner versucht zu klauen. Naja... Wer soll die Möhre auch klauen wollen? Da schieß ich kein Taxi. Hier ein blaues Männchen. Hossan! Hey! Hotox! Hotox! Nisse! Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust darauf, die Mission zu machen. Ganz ehrlich! Okay! Ne, ist in Ordnung, wir fahren woanders hin. Also, ja schon, klar, aber vorher machen wir noch einen Abstecher woanders hin. Weil das ist ja, wie man grad sieht, auf der rechten Seite jetzt. Und wir sind bereits dran vorbei. Weil wir ja unten durch statt oben. Ich will ja auch vorher noch was gucken, ob das funktioniert. Müsste ja eigentlich funktionieren. Guck mal, da steht ein Taxi. Jetzt nicht mehr. Okay. Bullen? Nö. Doch net. Ja, es geht. Es funktioniert. Hallo, hallo, hallo. Servus. Hallöchen. Ich, äh, bräuchte mal ein, äh, fliegendes Taxi. Oh nein! Steine Angus, verpiss dich. Nein, das ist keine Scheiße, das ist ein Flugzeug. Äh, das ist ein Helikopter. Wenn Scheiße wäre, könnte man nicht mehr fliegen. Du hast ja schon mal gesehen, dass sich jemand mit Scheiße in die Luft bewegt. Durch die Luft. Das wär mir neu. Das wär mir neu. Ein idealer Platz zum Landen. Nein! Ehrlich! Ist so. Komm nicht auf dumme Gedanken. Das ist mein Helikopter. Ey, Vogel! Ich seh überall einen potenziellen Verbrecher, den mir mein Helikopter klaut. Ich weine euch. Was? Was ist der Raum, wo du hinläufst, oder? Nimm da nen Scheiß Besen und verpiss dich. Call & Collect. Alles klar. Popotech. Äh, Popotech. Echt? I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's got to do what a man's got to do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. I think he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest. I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Er is a man. Äh, ja. What's on there? Seafood restaurant. Oh, so. Na, ob das funktioniert mit dem Helikopter? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob das mit dem Helikopter geht. Das mit dem Helikopter geht. Oh, mein kleiner Satz-Hinklu durch die Stadt. Durch die Häuser schluchten. es ist es ist eigentlich, oder? Hallo? Hallo? Ich war der Amplenweg. Ich hab's schon kurz auf Seiten geräumt. Doch. Das ist kein Helikopter. Ob ich auf der Tank gelangen kann? Hm, hier wär vielleicht Platz, aber... Ja, kannst du das glauben? Ich nicht. Wir werden hier am, äh, am Ding, an der Promenade werden wir landen. So ein idealer Platz, hallo? Da vorne ist unser Opfer. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Ganz oben. Alles gut, ganz oben. Ich bin in der Park. Jetzt, was? All right. Dieser Mann hat mir gesagt, bringe die Geld da und ihn anrufen. Das bedeutet, dass er irgendwo nahe ist, und er hat einen Telefon. Ich werde ihn anrufen. Du musst ihn anrufen, und behalten, für jemanden anrufen. Er wird nicht weit. Ach, ja, das... Hm. Francis! Könntest du vielleicht mal dein Handy aufrufen? Äh, 8435550124. Hallo? Wer ist das? Ein Freund. Ich spreche über dein Eingang mit McCreary. Ja? Du besser hast mein Papier. Ich bin nicht so rum. Ich bin sicher, er hat dein Geld. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Wir werden das alles passieren. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin sicher. Ich versuche mich, und das ist alles über Weefle News. Ich habe ihn auf Speed Dial. Ja? Ja. Und da ist ein Freund, Tom Goldberg, der ist wirklich interessiert. Er ist furchtbar von McCreary's blood. Ja. Ja. Ich bin sicher. 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 Du bekommst dich überhaupt nicht. Mein Elikopter ist weg. Das danke ich nicht. Nein. Ich bin sicher. Du bist du wirklich sicher? Ich bin wunderschwoll. was ist denn los mein freund bist du gestolpert bist du hingefallen bist du hingefallen du tust mir ja so leid ehrlich ist jetzt die frage wie werde ich dich töten bleib liegen lappen du hast doch so keine chance gegen mich was jetzt los springt einer ins wasser guck mal da schwimmen die um ihr leben lauf um dein leben lappen lauf lappen ich weiß von nichts mein name ist hause so ist das nun mal im leben nein ich entschuldige dich nicht war ja klar dass die mich sehen war ja sowas von klar dass sie genau wissen wer ich bin und er wird den typen erschossen das ist so typisch weil die mich ja sehen hier unten ja ja das könnt ihr eurer großmutter erzählen von ihr hört das ding auf da muss ich schwimmen oder was sehr witzig können wir noch mal vor oder lachen jetzt bleibt der pulle und unterstehen ja ihr wollt es ja nicht anders ok also kriegt es auch nicht anders ja ihr wollt es ja nicht anders ok also kriegt es auch nicht anders alles gut fahren wir hier auf dem gebicht weiter hab ich auch kein problem mit ich glaube es ist ein oder du wachschlag nicht du wachschlag nicht du wachschlag nicht du wachschlag nicht natürlich ja